Hier sehen Sie eine Raster-Elektronen-Mikroskop-Aufnahme von einer Krebszelle in der Mitte und Sie sehen vom Verfasser eingefärbt in Rot zwei so kleine Zellen, die sich auf diese Krebszelle stürzen. Das ist auch noch eine etwas größere Zelle, die quasi doppelt so groß wie die Kleinen ist, dargestellt, die ebenfalls an die Krebszelle andockt. Und dieses Bild verdeutlicht ganz gut, was wir unter Immuntherapie verstehen. Bei den kleinen Zellen sprechen wir von diesen T-Zellen oder T-Lymphozyten, aber es hat sich insgesamt eher so das englische T-Cell durchgesetzt. T-Zellen sind Zellen des Immunsystems und T-Zellen gibt es in verschiedensten Ausführungen. Wir interessieren uns für dieses Video jetzt nur für die sogenannten cytotoxischen T-Zellen, also die T-Zellen, die in der Lage sind, eine Krebszelle anzugreifen. In diesem Video und deswegen in Klammern nochmal Immuncheckpoint-Blockade beschrieben, wir werden heute nicht alle Aspekte der Immuntherapie durchleuchten können, sondern konzentrieren uns vornehmlich auf die Möglichkeit, medikamentös die T-Zellen auf den Tumor zu lenken. Es gibt andere Optionen. Es gibt zum Beispiel die Option, die T-Zellen aus dem Körper zu entnehmen, außerhalb des Körpers zu tunen und frisieren und sie anschließend wieder dem Körper zuzuführen, zum Beispiel bei den K-T-Zellen. Das sind sehr verheißungsvolle Ansätze, vor allen Dingen in der Hämatologie. Aber wir wollen heute mal wirklich bei der medikamentösen Beeinflussung von T-Zellen mit Immuncheckpoint-Blockade bleiben. Die entscheidende Frage, die sich wirklich über Jahrzehnte gestellt hat, man wusste schon längst, dass aktivierte T-Zellen einen Tumor angreifen können. Man wusste aber nicht, warum sie es nicht taten. Theorien gingen so weit, dass man sogar überlegte, ob die vielleicht den Tumor in irgendeiner Form füttern oder so. Aber man hat gemerkt, es gibt eine Interaktion zwischen den Tumorzellen und den aktivierten T-Zellen. Der Vollständigkeit halbe sind hier auch nochmal die antigenpräsentierenden Zellen gezeigt. Das wäre für den Fall, dass eine Tumorzelle nicht selbst ein Antigen auf seiner Zelloberfläche darstellen kann. Man hat gesehen, dass zu dieser Interaktion verschiedene Moleküle notwendig sind. Die haben unterschiedliche Namen, zum Beispiel PD1 oder PDL1. PD1 ist Programm Cell Death Receptor 1. L ist der Ligant dazu, also der daran ankoppelt. Und die sorgen dafür, dass die aktivierten T-Zellen in schöner Friedlichkeit neben den Tumorzellen schlummern, ohne den Tumor zu attackieren. Wir haben aber nun mal Antikörper, spezifische Antikörper, also große Moleküle, die genau diese Interaktion aufbrechen können. Und wenn man die verabreicht, dann sieht man so etwas. Dann sieht man, dass diese Hemmung, die es von Seiten der Tumorzellen zu den aktivierten T-Zellen gibt, nicht mehr vorhanden ist und dass die aktivierte T-Zelle den Tumor attackieren kann. Was zum Verständnis dieses Wirkmechanismus besonders wichtig ist, ist, dass es, ich habe mir bewusst die Chemonomenklatur mit dazu genommen, ist es keine chemische Wirkung auf die Tumorzelle. Also wir reden hier von einer Interaktion von Antikörpern, von, wenn Sie so wollen, biologischen Substanzen, die die Interaktion zwischen Tumorzelle und der aktivierten T-Zelle aufheben. Es ist nicht so wie bei der Chemotherapie, dass wir direkt versuchen, die Tumorzellen zu schädigen oder zu töten. Das können die Antikörper gar nicht. Ein zweiter wesentlicher Aspekt dieser Therapieform ist noch ein anderer. Wir sehen dieses Prinzip, was hier ist, aktivierte T-Zellen, also das eigene Immunsystem wird aktiviert, um Tumorzellen anzugreifen. Das ist ja erstmal unabhängig davon, was für ein Tumor vorherrscht oder anders gesagt tumoragnostisch. Also eigentlich haben wir hier ein Wirkprinzip, das unabhängig von der zugrunde liegenden Tumorart oder überspitzt gesagt auch, unabhängig von der zugrunde liegenden Genetik, Fragezeichen, 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 wirkt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass diese aktivierten T-Zellen die Tumorzellen aktivieren? Da gibt es hierzu eine ganz schöne Abbildung. Sie sehen um den Tumor oder um die Tumorzelle herum eben diese aktivierten T-Zellen, T-Lymphozyten. Und die nähern sich so langsam dem Tumor an, die docken auch an, die nehmen Kontakt auf. Und das, was Sie hier rot dargestellt sehen, das sind Giftstoffe für die Tumorzellen. Da können Sie sich vorstellen, dass das quasi vom Immunsystem selbst hergestellte Chemotherapeutika sind, also Substanzen, die dazu führen, dass diese Zelle stirbt. Dieser Kontakt oder das ganze Bild ist richtig schön beschrieben worden als Todeskuss, als Kiss of Death. Also dieser Kontakt, der hier entsteht, wird zwangsläufig dazu führen, dass diese Tumorzelle keine Zukunft mehr hat. Wenn Sie sich dieses Wirkprinzip mal gegenüberstellen zu der Chemotherapie, die wir letztes Mal besprochen haben und wo wir ein Rasenmäher gezeigt haben und gesehen haben, dass die Chemotherapie relativ, ich sag mal, unelegant chemisch versucht, die DNA von Tumorzellen, im Optimalfall von Tumorzellen zu zerstören, so haben wir ja hier doch ein etwas anderes System, was man eher so beschreiben kann. Immuntherapie lässt quasi die eigenen Hunde von der Leine. Aber hier erst nochmal das Prinzip, keine direkte zelluläre Schädigung. Erstmal unabhängig, welcher Tumor zugrunde liegt und die Tumorzellen werden durch körpereigene Zellen angegriffen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Die Patientin hatte 2014 die Erstdiagnose eines Lungenkrebses und was wir hier dargestellt sehen, das ist so die Darstellung, wie wir das gerne haben, um Therapie ansprechend beurteilen zu können. Das, was hier als farbliche Fläche dargestellt ist, das sehen Sie hier, das sind ausmessbare Tumormanifestationen. Das heißt, die kann man relativ leicht im CT einmal durchziehen und gucken, wie lang sind die, längsten Durchmesser nehmen und die dann im Verlauf aufzeichnen. Nicht aufgezeichnet sind hier andere Tumorläsionen, die man nicht so gut ausmessen kann. Aber in diesem Fall haben wir jetzt neben den Haupttumor Lymphknotenmetastasen, die hier aufgeschrieben sind oder aufgezeichnet sind. Sie sehen, die eine größere ist zum Zeitpunkt der Erstdiagnose 4,5 cm groß. Dazu gesellt sich eine andere, ca. 3 cm große Lymphknotenmetastase. Und Sie sehen, also jeder Strich, den Sie hier sehen, ist eine Bildgebung. Was hier zu sehen ist, ist, dass die Patientin hier direkt nach der Erstdiagnose eine Therapie erhalten hat und auch erstmal ganz schön abgenommen hat mit den Tumordurchmessern. Die Patientin hat eine kombinierte Radiochemotherapie bekommen, RCTX. Das ist eigentlich ein kurativer Ansatz. Also eigentlich sollte danach alles weg sein. Das ist hier nicht gelungen. Man sieht, dass nach der Therapie immer noch knapp 2,5 cm der einen Metastase da sind und immer noch knapp 1,5 cm von der anderen Metastase zu sehen ist. Was wir dann gemacht haben, der nächste Verlauf, der bis hierhin geht, ist zielgerichtete Therapie oder Targeted Therapy. Die Patientin hatte eine klare Treibermutation, die wir zu dem Zeitpunkt aber, ehrlich gesagt, beim besten Willen nicht angehen konnten. Und sie hatte zudem noch eine zweite Appellation und eine zweite Auffälligkeit auf genetischer Ebene. Und wir hatten uns das so vorgestellt, dass wir diese Amplifikation direkt therapieren können mit einem spezifischen Inhibitor. Da ging es direkt los mit einem gemischten Ansprechen, dass ein Lymphknoten größer wurde, der andere kleiner wurde. Das bestärkte uns aber erstmal darin weiterzumachen, weil das ja in der Summe keine großen Unterschiede war. Sie sehen aber hier einen extrem kleinen Abstand. Ich glaube, zwei Wochen einfach wegen klinischer Verschlechterung. Einen rapiden Anstieg der Tumordynamik. Die Patientin hatte bisher Chemotherapie bekommen. Sie hatte einen Versuch der zielgerichteten Therapie nicht auf die Treibermutation, aber auf eine Nebenmutation bezogen bekommen. Und jetzt waren wir dabei, und Sie können das erahnen, dass das in diesem Video natürlich kommt, haben wir ihr Immuncheckpoint-Blockadetherapie in Monotherapie gegeben. Und was Sie hier sehen, ist wirklich bemerkenswert, weil das auch alles, solche rapiden Änderungen, alles mit klaren Verbesserungen des Allgemeinzustandes einhergehen. Sie sehen, dass in der ersten Bildgebung danach schon eigentlich alles deutlich rückläufig ist. Also hier ist dann quasi der Punkt. Eine Bildgebung weiter sieht man die eine Lymphknotenmetastase gar nicht mehr. Die ist auch nicht unter einem Zentimeter oder so, die ist einfach nicht mehr sichtbar. Die andere Metastase, die wird immer kleiner. Hier ist sie unter einem Zentimeter. Und zu diesen Ausmessungen muss man sagen, eine Zielläsion ist nur dann eine Zielläsion, wenn sie mindestens einen Zentimeter groß ist. Das heißt, in diesem Fall sind wir hier unter einem Zentimeter. Das heißt, das ist quasi inexistent. Hier erreicht die Patientin eine CR, eine Complete Response, ein komplettes Ansprechen. Ein paar Bildgebungen später waren dann auch die letzten Zweifel weg, weil der Lymphknoten einfach nicht mehr ausmessbar war, einfach nicht mehr zu sehen war. Und Sie sehen, es ist 2017. Das heißt, das Ganze ist mittlerweile vier Jahre alt oder vier Jahre her. Wir haben danach noch eine ganze Menge weiterer Bildgebungen gemacht, durchaus auch noch in engmaschigen Abständen, um wirklich auszuschließen, dass da irgendwas übersehen wird oder dass wir womöglich Nebenwirkungen übersehen. Sie sehen, es setzt sich weiter fort. Seit März 2017 befindet sich die Patientin in einer Complete Response. Ich kann Ihnen guten Gewissens sagen, das setzt sich sofort. Die Patientin ist weiterhin in unserer Behandlung. Die Patientin ist weiterhin, sagen wir, tumorfrei. Wir trauen uns bei fortgeschrittenen Lungenkrebs eigentlich nicht, intuitiv nicht von Heilung zu sprechen. Aber es geht mit Sicherheit schon sehr nah ran. Also das, was Sie hier sehen, ist nicht Folge einer großmaschigen Operation. Das ist wirklich medikamentös, ausnahmslos durch einen Antikörper entstanden. Das ist natürlich Wahnsinn. Und solche Verläufe, und das macht die Sache jetzt ein bisschen schwieriger, kennt jeder Onkologe. Man muss hier schon mal vorweg sagen, das sind Ausnahmen, aber es zeigt auch das riesige Potenzial der Immuntherapie. Und vielleicht ein bisschen undankbar war es dann auch so, dass natürlich die ganzen Hersteller gemerkt hatten und es zu einer wahren Explosion von klinischen Studien zu Immuntherapie kam. Das ist jetzt von 2018. Das vergleicht die Situation mit 2017. Das sind jetzt alles Studien, die schon Anti-PD-1 oder Anti-PD-L1 einsetzen und die in Kombination machen, weil die Annahme war, wenn ich nicht bei jedem Patienten so ein gutes Ansprechen habe wie bei der einen Patientin, kann ich das vielleicht bei denen, bei denen ich es nicht habe, rauskitzeln durch Kombinationen. Ich möchte ein bisschen vorweg greifen, die Kombination mit Immuntherapie, also Immuntherapie und Chemotherapie, funktioniert wunderbar. Die Daten in der Kombination PD-1, PD-L1 Antikörper mit Chemotherapie sind eventuell noch eine Ecke besser als die Immuntherapie alleine. Sie sehen, dass die Radiotherapie relativ populär ist als Kombinationspartner. Es gab zu Beginn der Immuntherapie die Annahme, dass wenn man den Körper an irgendeiner Stelle bestrahlt, man die Wirkung der Immuntherapie boosten kann. Sogenannter Abscopala-Effekt, der hat sich ehrlich gesagt, das ist ja wie gesagt 2018, viele Studien sind mittlerweile auch schon abgeschlossen, nicht so bestätigt. Die Hoffnung, die sich ergibt, eine neue Therapieform zu haben, die womöglich fantastisch birken kann, kann natürlich auch schnell in einen gewissen Hype münden. Naja, und wenn Sie sehen, dass sich solche Bubbles immer weiter aufblähen, dann muss man natürlich auch ein bisschen eine Befürchtung haben, dass das Ganze auch mal als Blase platzen kann oder auch mal die Luft rausgehen kann. Es ist mit Sicherheit so, dass es nicht so einfach ist, dass man einfach hier noch Immuntherapeutikum A mit B kombinieren will, sondern das Ganze ist schon ein bisschen diffiziler. Das Immunsystem ist halt an sich ziemlich diffizil. Kommen wir nochmal darauf, das hatte ich ja in einem Einleitungs- oder Einführungsvideo zum Thema Krebstherapien gezeigt. Da hatte ich behauptet, dass durch die Hinzunahme der Chemotherapie zu gar nichts machen, es definitiv eine Prognoseverbesserung für die Patienten gegeben hat. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen müssen, durch die Hinzunahme einer weiten Therapieform, der Immuntherapie, haben wir eine deutliche Verbesserung zur Chemotherapie alleine, teilweise auch einzeln gegeben. Und das fiel auf und das ist quantifizierbar. Also das ist jetzt kein Bauchgefühl oder etwas, was wir als Therapeuten gerne sagen, sondern das ist wirklich knallhart statistisch auswertbar. Es ist zu einer Verbesserung der Prognose in Form von einer Verringerung der Sterberaten gekommen. So weit, so gut. Wir hatten auch gesagt, dass das kein kontinuierlicher Prozess ist, sondern dass wirklich einfach durch die Hinzunahme der weiteren Therapie es gebessert wurde. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, wie es weitergeht. Ob wir den gleichen Effekt haben wie nach der Chemotherapie? Dann denken Sie an die Patientin, die ich Ihnen gezeigt hatte. Wir haben, und das ist schon wichtig, einzelne Patienten, die hervorragend davon profitieren. Was ich Ihnen bisher verheimlicht habe, das kommt dann allerdings in dem Nebenwirkungsvideo zur Immuntherapie, ist, dass es auch einen gewissen Prozentsatz gibt, wo man ganz klar sagen muss, das läuft schlechter als einfach nur Chemotherapie. Diese möglichen Outcomes haben wir. Also ich kann ja auch mal einen Kreis drum machen. Und wir haben leider keine Möglichkeit zu Beginn der Therapie zu sagen, wie welcher Patient von der Therapie profitiert. Wir haben gesagt, es ist ein tumoragnostischer Ansatz. Theoretisch müsste ja jeder Patient mit Krebs von dieser Therapie profitieren. Das ist nicht so. Es gibt ganz klar Krebsarten, die überhaupt nicht von der Immuntherapie profitieren. Hier gehen wir doch mal auf spezielle, spezifische Tumoreigenschaften ein. Ich habe Ihnen hier mal aufgezeichnet, das Hodgkin-Lymphom, ein Lymphdusenkrebs, der sich dadurch auszeichnet, dass es viel, viel mehr Lymphzellen im Tumor, also im Lymphknoten gibt, als bösartige Zellen. Das Verhältnis ist quasi 100 zu 1. Das hier ist noch komplett untertrieben. Und schwarz dargestellt sind diese Interaktionen, die sowohl zwischen den Immunzellen vorkommen, als auch zwischen Tumorzelle und den Lymphozyten. Und wenn ich jetzt meine Antikörper dagegen gebe, kann man sich vorstellen, dass das ein ganz gutes Outcome hat, dass das ganz gut wirkt, dass sich jetzt alle grauen Zellen quasi auf den roten schmeißen würden und dass das dann natürlich nach Möglichkeit auch weggeht. Bei den soliden Tumoren haben wir das Problem, dass wir sehr heterogene Gewebszusammensetzungen haben. Wir haben Tumorzellen, die habe ich hier rot dargestellt, aber auch bewusst plakativ ein paar weiße Blutkörperchen dazu gefügt und ein paar rote Blutkörperchen. Also das ist ja ein Konglomerat aus verschiedenen Zellen, wo es nicht ganz so einheitlich ist wie vorhin beim Hodgkin-Lymphom. Und hier auch wieder schwarz eingezeichnet die verschiedenen Interaktionen, die es zwischen den Zellen und dem Tumor gibt. Und hier würden Sie sehen, wenn ich jetzt hier in diesem Fall Immuntherapie gebe, ist der Effekt mit Sicherheit nicht so ausgeprägt. Das heißt, die Idee, das komplett tumoragnostisch zu sagen und sagen, eigentlich sollte jeder Krebs davon profitieren, ist dadurch konterkariert, dass die Tumore halt auch sehr heterogen sein können. In einer Abbildung vorher hatte ich gezeigt, PD-L1, PD-1 als Zusammenspiel oder als anzugehendes Target, wenn Sie so wollen, für Immuncheckpoint-Blockade. Das kann man quantifizieren. Also das, was in den vorherigen Abbildungen, diese kleinen schwarzen Knüppelchen zwischen den Zellen waren, das könnte ja zum Beispiel die Interaktion zwischen PD-1 und PD-L1 sein. Was Sie hier sehen, sind jeweils Tumoranschnitte und das, was da in irgendeiner Form dunkel dargestellt ist, das zeigt die Expression. Von der Expression wissen wir, dass sie sowohl in Tumorzellen als auch in Immunzellen vorkommen kann. PD-L1-Expression wird also nach wie vor routinemäßig bestimmt, weil man sich denkt, naja, je mehr Expression ich habe, desto höher sind wahrscheinlich die Erfolgsaussichten da, mit einer spezifischen Therapie ranzugehen. Leider hält sich das nicht ganz. PD-L1-Expression wird von 0 bis 100% quantifiziert, ist also ein kontinuierlicher Parameter. Und wenn Sie das hören, würden Sie denken, hm, ich habe 5%, damit profitiere ich wahrscheinlich weitaus weniger als jemand mit 17%, als jemand mit 32%. Dem ist halt nicht so. Und das ist das Problem. Es gibt zwar diverse Cut-Off-Werte, 20% Expression, 50, das gängigste eigentlich, aber auch kleinere 5 oder 10%, die die Gruppen unterscheiden können. Klar ist schon, dass es eine gewisse Korrelation gibt zwischen sehr hoher Expression und niedriger Expression. Hohe Expression profitiert schon. Und die Patientin, die ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, die hatte eine 100%ige PD-L1-Expression. Nichtsdestotrotz gibt es aber eine ganze Menge Patienten mit zum Beispiel 0% Expression, die trotzdem einen Benefit davon haben. Es gibt aber auch eine ganze Menge Tumoren und Krebsarten, die von dieser Therapie wirklich gar nicht profitieren. Dadurch, dass es kein so guter Marker ist, dadurch, dass es nicht wirklich mir sagt, welcher Patient anspricht, auch wenn ich das in anderen oder in verschiedenen Tumorarten bestimmen würde, gab es die Suche nach anderen Markern. Und die habe ich hier nun namentlich genannt. Das eine ist die Tumormutationslast oder Tumormutational Burn, TMB. Das andere ist Mikrosatelliteninstabilität. Auf die gehe ich hier jetzt nicht mehr ein, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Ich mache aber nachher noch kurze Videos, die dann in die Kurz- und Knapp-Rubrik fallen. Vorweg kann ich aber auch schon sagen, auch hier haben wir keine klaren Marker. Wenn sich das so anhört, ein Hype in den klinischen Studien, womöglich ein Plateau, was sich nach der Einführung der Therapie ergibt, dann muss ich da doch recht vehement widersprechen. Ich glaube, das Potenzial der Immuntherapie ist wirklich phänomenal. Wir freuen uns natürlich für alle Patienten, die diesen Benefit von der Therapie haben. Wir hätten halt gerne viel, viel mehr Patienten. Aber im Gegensatz zur Chemotherapie ist hier, wie gesagt, viel Potenzial. Hier bei der Immuntherapie ist es so, dass das ein wahnsinnig dynamisches Feld, auch was das Verständnis der Immunabläufe angeht. Die haben wahrscheinlich mit Sicherheit noch nicht alle Interaktionen im Immunsystem kapiert und können nicht mit Sicherheit sagen, wie das alles genau funktioniert. Mit Sicherheit ist es nicht so plakativ, wie ich es Ihnen gezeigt habe, dass man einfach den Antikörper gibt und zack geht die Zelle drauf. Mit Sicherheit ist es auch nicht so einfach, die Zellen aus dem Körper zu nehmen. Wie gesagt, zu KT-Zellen mache ich ein eigenes Video und die dann wiederzugeben. Auch das hat durchaus Probleme. Aber es kommt mehr und mehr Einsicht in die Immuntherapie. Man hat wirklich viel mehr Verständnis dafür, wie das Ganze funktionieren kann. Und deswegen würde ich dem Ganzen schon auch weiterhin eine rosige Aussicht, eine rosige Zukunft in Aussicht stellen. Bis zum nächsten Mal.